Wir werden jetzt den Metal-Aux-Neon machen. Ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr Neon gemacht. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin bereit. 3, 2, 1, Boom! Und... Benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox-Premier mein Saco Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hi Leute, willkommen zu einer der Folge. Und heute spiel ich wieder Adopt-Me. Und ja, Leute, heute dachte ich mir, packen wir mal drei Videos in eins. Und zwar, Leute, werden wir heute gucken, was traden, Leute, für einen Metal-Aux. Weil, Leute, das Luna-Event ist ja vor ein paar Tagen verschwunden. Und da dachte ich mir, okay, der Metal-Aux wird jetzt an Wert gewinnen. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal dieses Video hier. Und dann machen wir noch den Metal-Aux in Neon, Leute. Wir machen uns einen Neon-Metal-Aux und gucken darauf hin, was Leute traden für einen Neon-Metal-Aux. Ja, Leute, richtig volles Video, richtig interessantes Video vor allem auch. Lasst doch gerne dafür einen Daumen nach oben da, Leute. Einfach drei Videos in einem. Ist das nicht cool? Auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben geben. Und natürlich auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls du das noch nicht getan hast. Gerne, gerne auch das Video hier mit deinen Freunden teilen, Leute. Und hier haben wir auf jeden Fall ein paar Leute in der Mitte. Leute, wenn ich jetzt hier mal nach Ox suche, sehen wir, wir haben ein paar Metal-Auxen. Das Luna-Event ist ja offiziell vorbei, Leute. Es ist weg. Das heißt, er gewinnt halt auch an Wert. Wir werden uns jetzt hier auf den Metal-Aux setzen und mal schauen, ob mich hier irgendjemand traden wird. Dafür muss ich natürlich meine Trades anmachen. Und ja, Leute, ich habe eine Frage an euch. Und zwar, und zwar schreibt jetzt jeder von euch in die Kommentare, was ist das hier? Aber nur falsche Antworten. Das heißt, ich will nicht lesen, was das ist, sondern nur witzige, falsche Antworten, Leute. Lasst euch was Cooles einfallen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt auf eure Kommentare, Leute. So, gucken wir jetzt mal, was traden. Leute, für einen Right Metal-Aux, einen Mega-Dawg. Okay, abgelehnt. Ich werde abgelehnt. Okay, okay, okay. Traden wir einfach mal jeden und alles an, Leute. Alles und jeden einfach antraden. So gehört sich das. Okay, boom. So, Leute. Mal schauen. Hello Kitty, was tradest du denn für einen Right Metal-Aux? Hör dich. Mag den niemand oder was? Ist der so unbeliebt? Also, ich finde, der sieht auch nicht so cool aus. Ich sehe halt einfach, dass der mega groß ist irgendwie, ne? Der kommt mir halt mega riesig vor. Okay, einen Ladybug. Das wird sich ja so absolut gar nicht garantieren. Eine Lunar-Aux? Äh, nee, davon habe ich genug. Ich meine, äh, ein paar habe ich hier auf jeden Fall. Nee, sorry, sorry. Also, nicht für zwei Lunar-Aux. Das rentiert sich nicht. Ich meine, wo ist noch der Sinn? Warum sollte ich denn eine Metal-Aux für zwei Lunar-Auxen trainen? Das würde irgendwie nicht so viel Sinn machen. So. Oh, jetzt habe ich sie aus der Sehende in die Familie eingeladen. Ich wollte sie eigentlich nur antraden, Leute. So, trainen wir noch ein paar Leute an. Danach wechsel ich einmal ganz kurz die Lobby, Leute. Vielleicht finden wir in einer neuen Lobby Leute, die auch mal Interesse an einem Righten-Metal-Aux haben. Und gleich, wie gesagt, machen wir den Neon. Und da werden sehr wahrscheinlich mehr Leute Interesse haben. Ja, okay, hier, da hast du halt deinen Metal-Aux. Aber den wirst du nicht bekommen, weil meiner ist Right und deiner ist nicht Right. Wenn er jetzt ausgewachsen wäre, hätte ich mir überlegt... Ähm. Leute, habt ihr schon mal so einen Deal gesehen? Als ob ich das machen würde. Wow! Oh mein Gott, das ist der heftigste Stuff in Adopt Me. Alter, oh mein Gott, Leute. Ne, also eine Right Potion ist ja 150 Robux wert. Und das hier ist definitiv keine 150 Robux wert. Leute, lehnen wir das ab. Und irgendwie ist der Metal-Aux, der ist so riesig, ne? Ich gehe mal eben auf einen Ausgewachsenen, Leute. Ich habe ja hier einen Ausgewachsenen, vier Stück sogar, damit ich den halt Neon machen kann. Macht ja Sinn. Ich werde ihm jetzt mal eben die Tricks beibringen. Und jetzt würde ich mir mal angucken, Leute, was für Tricks hat denn der Metal-Aux so überhaupt drauf? Ich werde ihm das mal kurz beibringen, Leute. Und jetzt im Schnelldurchlauf für euch. Warum sind hier so viele Ochsen? Making Neon-Ochs. Okay, sehr viele Ochsen sind hier auf jeden Fall unterwegs. Aber warum denn die normalen, Leute? Warum denn die normalen? Wow, er kann einen Backflip, Leute. Er kann einen Backflip. Wow! Und was kann er noch, Leute? Baggen. Okay, das kann er auch noch. Okay, ja, das kenne ich sogar. Das kenne ich sogar. So, Jump. Er kann springen. Okay, springen, springen, springen. So, hat er noch irgendeinen Special Dance-Move oder sowas? Das ist ja halt mega, mega nice. Trick 1. Okay, jetzt, komm. Zeig mir den Trick. Okay, jetzt ist verpackt, Leute. Der Trick ist verpackt, leider. Er dauert mir, da sind irgendwie die Animationen momentan nicht so gut drauf. Okay, das hier macht er aber. Wow! Wow! Alter! Yo! Der... Wow! Okay, bam. Er kickt den richtigen Lehrer weg, Leute. Der arme. Der arme Lehrer. Arno! Ox! Medlox! Chill! Entspann dich! Der arme. Der bringt dir nur was bei. Du musst ihn nicht direkt attackieren, ja? Ja, genau du. Genau dich meine ich. Genau dich meine ich. Okay. Bist du fertig? Komm mit. So, ich will jetzt nochmal Trick 1 sehen. Der war irgendwie verpackt, Leute. Ah, okay, das macht er. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. Leute, kick den Lehrer. Patz! Okay, wir wollen jetzt hier keine böse Prügelei anfangen, Leute. Das ist nicht gut. Laufen wir mal lieber hier wieder raus und gucken mal, ob jetzt hier irgendjemand dafür noch ein Offer hat, Leute. Vielleicht hast du ja deinen Känguru dafür zu offern. Wobei, ich glaube, das wäre gar nicht so gut. Okay, Leute, probieren wir es mal aus, Leute. Oh, die legt ihr Friday-Känguru rein. Ich weiß gar nicht. Doch, das wird sich eigentlich... Eigentlich würde sich das rentieren, ja? Würde sie das machen? Würde sie das machen? Ein Känguru ist... Ja, wow. Dann, ja, okay, ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Du musst jetzt nicht hier irgendwie try to flex. Ja, ist okay. Warte. Was jetzt? Oh, okay, Leute. Ah, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich hatte eben jetzt über eine Lobby, da bin ich mal reingejoint, hat irgendjemand so geschrieben in den Chat, bevor ich gekommen bin. Also, ich war schon da. So, hier sind ja gar keine guten Pets. Auf einmal, ich gehe so hin zu der Person. Yo, sag niemals, hier sind keine guten Pets, wenn ich in der Lobby bin. Auf einmal habe ich meinen Pad rausgeholt und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das fand ich schon ziemlich witzig. So auf No-Flex-Basis. Also, das war ja kein Flex, Leute. Ich habe einfach nur meinen Pets gezeugt, sag ich mal. Ähm, so, Leute. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, Leute, den Metal-Ochsen einfach mal Neon zu machen. Ja, Leute. Für mehr Neon-Videos und auch für mehr Trade-Videos, Leute. Ich habe ja schon ziemlich lange keine Neon- oder Trade-Videos mehr gemacht. Ich dachte, ich packe einfach mal das hier alles in ein Video und schaue, ob ihr das überhaupt noch sehen wollt, Leute. Also, falls ihr noch mehr Trade-Videos sehen wollt oder Videos, wo ich Sachen Neon mache, gerne, gerne auf den Daumen nach oben drücken, dann sehe ich das, Leute. Drückt auf den Like, dreh kurz dein Handy um oder mach kurz dein Bildschirm auf klein, falls du auf den PC guckst. Drückt auf den Daumen nach oben, dann nehm ihn auch auf den Abonnieren-Klopf, Leute. Und ganz wichtig, benutze auch StarCode JoJo, falls ihr Robux oder Roblox Premium kaufst. Schaue in die Videobeschreibung vorbei, join auf meinen Discord-Servers komplett kostenlos. Dort kannst du auch deine Pets traden, tatsächlich, Leute. Wir haben da Adopt-Me-Trades. Da kannst du deine Pets mit anderen deutschen Leuten aus der deutschen Adopt-Me-Community traden. Und ja, Leute. So, jetzt ist der Moment, Leute. Wir werden ihn jetzt Neon machen, Leute. Ich habe leider nicht genug Ochsen, um den Mega-Neon zu machen. Aber ja, ich brauche davon auch keinen Mega-Neon, tatsächlich. Ich gucke mal jetzt, Leute, wie der überhaupt aussieht. Ich weiß es nämlich gar nicht, wie der Neon aussieht, Leute. So, dich noch, dich noch. Leute, wir werden jetzt den Metal-Aux Neon machen. Ich habe schon seit Ewigkeiten nichts mehr Neon gemacht. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Boom. Und Neon-Metal-Aux ist hier. Boom. Ja, doch, doch. Das hat was, Leute. Der hat was. Der hat aber keine Ride- oder Fly-Potion, Leute. Geben wir ihm einfach mal eine Fly-Potion, Leute. So, doch, der hat was. Der sieht eigentlich ganz okay aus. Ich finde das nice, was hier leuchtet, Leute. Na gut, etwas anderes hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn etwas anderes quasi leuchten würde, Leute. Ich finde das hier schon gut. Aber kommt es mir so vor? Der ist ja einfach mega groß, wenn man auf dem drauf fliegt oder reitet, Leute. Der ist doch mega, mega groß. Hm, Leute. Eventuell kann ich ja noch einen Lunar-Ochsen, einen normalen Ochsen-Neon machen. Dann habe ich quasi alle Neon. Das wäre auch ganz cool eigentlich. Naja, so, Leute. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und jetzt gucken wir mal, was traden, Leute, jetzt für den Neon-Metal-Ochsen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, Leute. Hier, du Känguru-Flexer. Vielleicht hast du jetzt ja ein gutes Offer für den Neon-Ochsen. Oder vielleicht... Oh, sie hat meinen Trade angenommen, Leute. So. Bam. Was sagst du jetzt? Hä? Was sagst du jetzt? Wenn sie jetzt wieder ihre Ochsen da reinlegt, Leute. Wenn sie jetzt wieder ihre Ochsen da reinlegt, dann rast sie aus. Aber diesen Trade werde ich nicht machen, Leute, weil ich brauche keinen Känguru unbedingt. Ich drücke trotzdem mal auf Akzeptieren und gucke mal, ob ich sie auch auf Akzeptieren drücken würde, Leute. So. Drückt sie oder drückt sie nicht? Can you add a little bit, please? Äh, nö. Okay, Leute. Oh, au, au. Ja, Leute, das sieht mega cool aus, das Pad. Komm schon. Ich weiß nicht, ob es das Word wäre, Leute. Hier die, ähm, die Ducky war das? Oder war das Drake? Ich, Leute, ich verwechsel das jedes Mal aufs Neue. Ich muss das echt mal lernen. Ähm. Wow, legt ihr das alles rein? Ich drücke mal auf Akzeptieren, Leute. Drücke sie auf Akzeptieren. Weil das hier habe ich nämlich noch gar nicht. Sie hat echt, Leute, sollen wir das echt machen? Also ich will das eigentlich nicht machen, aber Leute, ich wollte schon immer dieses Pad hier haben. Ähm, die zwei brauche ich zwar nicht und den hier eigentlich auch nicht, aber das hier habe ich halt wirklich noch nicht. Aber ich glaube, das wäre nicht worth, weil das ist halt, es ist halt nur ungewöhnlich, Leute. Aber sie würde es halt wirklich tun. Sie würde es wirklich tun. Ich glaube, bis jetzt ist es der weitgeschrittenste Trade dieser Folge. Aber das Pad sieht mega cool aus, Leute. Dieser grüne Kopf und die grünen Beine sieht mega cool aus, Leute. Ich werde jetzt mal kurz die Lobby wechseln, Leute. Und dachte, der sieht hier, also nachts hat der auf jeden Fall was, Leute. Es hat was. Es hat was. Er sieht nicht so schlecht aus. Er ist einfach nur ein bisschen groß, meiner Meinung nach. Aber Leute, guckt euch noch an. Der sieht eigentlich ganz cool aus, Leute. Ich schläge es dir einmal ganz kurz die Lobby. Und dann bin ich jeden Moment wieder da. Leute, ich habe gerade mindestens zehn Minuten nach einer neuen Lobby gesucht. Und warum habe ich das Gefühl, dass ich gerade irgendwie in derselben Lobby gelandet bin? Also so ganz selbe, gleich sieht sie zwar nicht aus, aber irgendwie so ein bisschen. Und warum sind hier so wenig Leute, Leute? Ich bin auf einer komplett vollen Lobby. Hier hat direkt jemand angenommen, Leute. Und Kira. Eine Red, eine Luna-Ox. Einen normalen Ox. Noch einen Ox. Und noch einen Ox. Und noch einen Ox. Und lass mich raten. Noch einen Luna-Ox. Und ne. Okay. Und noch einen Ox. Wow, Leute. Oh mein Gott. Okay, nee. Also normale Orxen für einen Neon. Also der Trade hätte sich ja nicht mal für einen normalen Metal-Ox gelohnt. Aber für einen Neon auf gar keinen Fall. Leute, warum sind jetzt hier... Oh, hier sehen wir übrigens den anderen, Leute. Hier. Wow. Okay, okay. Den sehe ich auch selten, Leute. Hier den Chicken. Den Chicken. Und ähm. Da ist noch eine Cow. Nice. Aber wo sind denn die ganzen Leute, Leute? Ich bin in einer komplett vollen Lobby. Wo sind die denn? Vielleicht alle beim neuen Event. Ich geh da mal kurz nachgucken. Aha, Leute. Hab ich euch nicht. Hier ist einfach niemand, Leute. Das Event ist irgendwie das Gefühl, das ist jetzt schon... Das Update ist gefühlt irgendwie jetzt schon wieder lame, Leute. Äh. Hier befindet sich eigentlich niemand. Obwohl das halt echt mega schön hier aussieht. Ich finde das eigentlich... Ich meine, hier könnte man quasi doch die neue Mitte machen. Weil, Leute. Die Mitte, Mitte ist schon extrem alt. Und irgendwie ist trotzdem jeder in der Mitte. Na gut, es ist die Mitte. Es ist natürlich der Homespot. Aber ich glaube, Dobby könnte sich mal hinsetzen und einfach mal eine neue Mitte machen, oder? Das fände ich eigentlich schon ziemlich cool. Eine neue Nursery. Eine neue Schule vielleicht. Vielleicht eine neue... Hier. Das da. Also Krankenhaus, Leute. Muss ja nicht neu sein, aber so ein bisschen anders positionieren. Ein bisschen cooler noch machen. Vielleicht mit einer Steigung oder sowas mit drin. Ähm. So, Leute. So. Trade me if you have a turtle. Äh. Ich... Äh. Wer ist das bitte? Leute. Okay, Leute. Dann trade ich jetzt noch ein paar Leute. Und dann gucke ich es kurz. Und, ähm. Ja, dann, Leute. So. Boom. Boom. Und, äh. Ox, 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 Ox. Kann ich das Pad, wo man drauf sitzt, immer oben sein, Leute? Das wäre so viel angenehmer. Wow. Wow. Lass mir doch wenigstens die Zeit, um mein Pad da reinzulegen. Auf dem Robodog, Leute. Der Robodog, Leute. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so ein Pad, was irgendwie nicht ins Spiel reingehört, meiner Meinung nach, Leute. I don't know. Ich hab ihn mir auch zwar 21 Mal gekauft, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr den Robodog als einer deiner Dreampads habt. Ähm. Weiß ich nicht. Also, vielleicht habt ihr es ja. Ist ja auch kein Problem, Leute. Ich persönlich finde ihn aber nicht so cool. Aber kann ja sein, dass du den magst. Und ist ja auch schön und gut. So kannst du ja auch mögen. Ich hab da ja kein Problem mit. Ähm. Aber ich persönlich, ich finde ihn persönlich nicht so cool. Sagen wir so. Ähm. Okay, Leute. Trainen wir noch sie. Und wenn sie jetzt hier noch annimmt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will nur meinen Metal Ox trainen. Naja, Leute. Irgendwie kriegt man nicht mehr so gute Offer für Metal Oxen. Kann auch sein, dass ich halt nicht in der Ridge Lobby oder sowas bin. Aber ich finde gerade irgendwie keine. Ähm. Ich weiß auch nicht, ob der Metal Ox jetzt so beliebt ist, Leute. Ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwie so ein richtig krasses Pad ist. Wobei jetzt halt nach der Zeit halt, ich denke mal in einem Jahr oder so, wird der ziemlich, ziemlich selten sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen. Falls du auch nicht geliked hast, dann lass doch gerne eine Daumen hoch und da. Abonniere auch gerne den Kanal. Und aktive die Logik, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Mit uns Starcode Jojo. Falls du dir, wow, sie hat angenommen, Leute. Robux oder Roblox Premium kaufst und, wow. Ein Bandicoat. Und, wow. 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 Nein. Nein, 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 nein. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Kann ich mich irgendwie so draufsetzen? Kann ich mich jetzt umdrehen? Ja. Äh, Leute. Telefon tick's.